So, jetzt nehm ich auf, jetzt nehm ich auf. Boah, lecker, das kann sich ja noch um Stunden halten. Das hier kann sich ja noch um Stunden halten. Oh, Frick. Alter. Und die stehen mittendrin, die Edwins haben bestimmt ziemlich viel zu tun. Aber wieso ist Tattoo so viel? Boah, das macht aber irgendwie noch Spaß, so ein Stau. So ein Stau gab es ja noch nie. Nie, wo ich hier entlang gefahren bin. Noch gar nicht. Alter, hat mir irgendwer von euch auf die Choggers-NP-Map da geguckt. Da ist ja alles voll. Ja, ich hab ja Discord offen. Da ist ja diese Map drin. Da haben sie mir grad ein Bild reingeschickt. Oh, Frick, ey. Ich hab auch schon ein Bild gemacht. Einfach die halbe Strecke von Nachterleis zu. Das ist mega, ey. So entstauert sich ja noch nie. Dass die ganze Farb, die ganze Abschnitt dicht ist. Jetzt fährt die Sau noch rückkehrt, ey. Schaffst du es gut, oder? Äh, keine Ahnung. Kann ich leider nicht auswendig sagen. Ich denke mal so gegen 20.30 Uhr bin ich in Karles losgefahren. Ja, kommt hin. Ja, heute spiel ich schon den ganzen Tag. Alter, Rudolf war ein wenig Quatschstille. Da hat er nicht so quatschst. Dann hat er nicht so quatschst. Dann hat er nicht so quatschst. Dann hat er nicht so quatschst. Hä, was dann? Was hast du denn für Probleme? Ja, war ich unschön. Was sollen wir denn sonst machen in so einer Mega-Steuer? Klär mir das mal. Und wieder ein Idiot in der Gegendverkehr. Ich mach mein Motor auf. Ich hab keinen Bock, dass ich kein Sprit gleich hab. Naja, ich wollte auch gerade fragen, ob ihr den Motor an oder aus habt. Schau in den Chat, wenn du meinst, um einen zu meckern. Ich rede mit dem Hintermann. Oh Gott. Marc, wo stehst du? Schon vorne in der Kurve, in der links, in der rechts Kurve. Ich bin jetzt kurz vor der links Kurve. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Die sind gerade mir entgegengekommen. Oh, Frick. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Lass ruhig an. Ach, ja, 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 ja. Ja, jede Menge. Ui. Jauho, ist entgegengeschossen. . 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 er ist echt so haben wir schon kein bock da drauf theoretisch habe aber keine lust oder vor mir gibt auf gott das von deiner alter lektat hier alter lektat hier das hier ist mein erster big größter stau also es waren sonst immer nur kleine staus aber so ein riesen war es noch nie hat hier ist ja schon extrem und da kam da pass ich durch keine ahnung wieso sich das hier überhaupt so staut weil es das hier auf dieser strecke nicht so extrem also wenn du noch kurz hinten bist würde ich dir raten umzudrehen das ist noch auf jeden fall eine längere sache ich stehe da ungefähr eine hälfte von der kurve rein vor der kurve stehe ich vor der kurve stehe ich ich bin gleich hinter dir gell hinter dir ist noch so nika der nika und danach wenn ihr schon dann kommt noch ein deutscher ich nehme schon seit acht minuten auf war und ich bin noch nicht mal ein meter vor bekommen wie heißt denn dein youtube channel ich will mir das dann mal nachher angucken alter ach du scheiße boah ja mein youtube kanal heißt tenote also ich schreibe es mal unten im chat ich habe es unten rein ich habe es mal unten rein gemacht aber ich stehe noch am anfang von dem stau eher kurz hinter der auswand abfahrt und am anfang der leichten rechtskurve das ist aber ich drehe lieber nicht mehr oder ich stehe ja auch so einer leichten rechtskurve drin ich wollte aber jetzt nicht ding wenn ach nur idioten hier immer die entgegenverkehr rennen ich habe mich getäuscht stehe wieder im stau hm ich war auch richtung duisburg ich war auch richtung duisburg ich wollte eigentlich dahin machen fertig machen und dann weg es ist erst erst hier kommt sie entgegen also ich warte jetzt circa eine stunde ordentlich um richtung Kalee zu fahren ja ja philip das ist ja noch mal geworden die ganze stöcke ist bald voll duisburg allein alles klar ohrfreck ein viertel von dem server ist auf dieser strecke wow stabile server aber muss ich ernsthaft mal sagen ich nehme gleich meine typische abkürzungen typische abkürzungen über wie heißt das über ein feld lol wenn es geht ja es gibt hier eine stelle auf der cdo da kann man einfach auf der anderen seite der hecke fahren ist bei diesem wie heißt das ja bei der grenze da gibt es kann man über wiese fahren aber bin ich jetzt beim schnee noch nicht gefahren ok es ist länger dauern weil ich hab das eingesehen der ist hochgezogen hat sich aufs ich bin kurz vor dieser kurve aber loben können so wie die dollen aber ich wette wenn einer von uns rechts und links dran vorbeifahren wird der wird 100% gefasst ist ey ist so das wundert mich schon mal wenn ich was mach dann ist es abgebannt das ist ja auch schon passiert muss man aufpassen ruckzuck hast du drei Tage gebannt aber hier die russen und türken die dann hier jeden tag hier crashen die werden gebannt das ist echt so ja wenn so viele der branche ich frage das ist ein unfall da hast du irgendeiner reingerammt gras in den ein weil die hier wie die verrückten immer überholen im gegenverkehr und der vor mir ist fast ziemlich reingerutscht KiKA Wie viele Kilometer ab darf an LKWs? Zirka. 1,2,2 Millionen habe ich gesehen. So viel bin ich jetzt in der Frage mit denen. Und Tiger, wie sieht es aus da vorne? Koschleck. Definitiv Koschleck. Geht es voran oder nicht voran? Ich hatte das Bedürfnis mal 2 Minuten in die Wohnung zu gehen. Aber ich will hier nicht an den Rand fahren. Da würde ich mir sagen, lieber warten, als hier der Franz-Bestellung in den Eiferreich kommt. Stoßstangenkuscheln. Hier ist totaler Stillstand. Oder Tiger, du warte mal kurz, das hinter mich und wenn wieder frei ist, dann schiebst du einfach mal hin. Genau, das machen wir. Na dann hängen ab den Finger von mir. Ne, ich habe keinem, dass gebannt zu werden dafür. Warum? Sag so schnell, wir mussten helfen. Ja, dann sagen wir die Eltern, sie mussten mir helfen. Philipp, du sagst einfach, du musst Reifen wechseln. Patzen, Platten. Ja, genau. Aber scheiß drauf, ich bin mal jetzt ganz schnell f*** drauf, bitte. Fisch drauf, f***. Ist dabei. Brauchen sie mal nicht gesund, ja. Ich brauch voll ein bisschen, oder? Find ich besser als draußen. Ach du Scheiße, staut sich das hier extrem. Boah. Gute Elfen, die auch von anderen Leuten fahren los, weil irgendwann kommen sie auch endlich mal los. Hier ist einer gerade über mich rüber geflogen, der liegt genau vor mir auf dem Dach. Ah, Leute, ich bin zwei Ecke wie vor dir. Vor wem? Vor der LKW vom LKW, äh, von der LKW auf dem Kopf war vor ihm. Das sieht so krass aus, das ist schon weit hinter der Abfahrt. Oh, Freck. Ey, sowas hab ich noch nicht gesehen, ey. Also Richtung Calais rollt wieder bei mir. Hm, Richtung Calais geht, aber das ist auch relativ dicht, aber Richtung Duisburg. der LKW ist so gestillt stand. Ist das mies, wenn ich einen Autofahrer hier mittels Spur reindrücke, weil er mich links überholen wollte? Ja. 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 Also Leute, ich hab zum Beispiel die Hälft der Strecke geschafft. das geht deutlich weiter hinterzug bei grenze also für die neuen leute hier das als das das Endlich Edmund, geil. Das Geile ist, weil in so einer Menge wurde ich schon einmal aus der Seen gekickt. Einer von mir hat einen Scheiße gebaut und ich wurde gekickt, weil er wahrscheinlich der falsche IT gelesen hat. Und er fragt uns mal, dass ihr Atmings aufgeschlafen habt. Herzlich willkommen zurück ihr Atmings, schön geschlafen. Bei uns geht's dann auch endlich weiter. Na dann, gutes Backen. Bis zur nächsten Tanke, würde ich sagen. Wo ist denn bei dir die nächste Tanke? Also ich fahr jetzt Richtung Duisburg und da ist bei mir die nächste Tanke nur genau vor Duisburg. Was freut ihr die? Wir fahren Richtung Calais. Wir fahren Richtung Calais. Ach ja, ach ja, ach ja. Nehmen wir euch mal einen schönen Tag, die jetzt Richtung Calais fahren. Eher gesagt, schönen Abend. Ich hab meine 50 kmh wieder erreicht. Ja, ich bin auf 60 kmh wieder auf 0. Haha, wie geil. Na dann, wir sehen uns an der nächsten Tanke. Wir fahren euch an. Wir fahren euch. Euch auch. Ja, euch auch. Ja, euch auch. Ciao, ciao. Bye, bye. Okay. Endlich wieder, mal wieder, 40 kmh, geil. Boah, warte ich hab schon mal in der 60 Reis, mein Tanknase hat sich schon wieder bewegt. Ja, ich konnte grad 50 fahren, geil. Das rutscht alles noch. Ich will gar nicht wissen, ob das das extremste, was ich je gehabt hab. Endlich wieder abgeben. Ist echt so. Boah, ist das hier ein Verkehr. Es hat eine halbe Stunde jetzt gedauert, boah. Seitdem ich jetzt hier drin war. Ich bin aber noch nicht durch. Ich bin jetzt erst an der Grenze. Okay, Jäger. Das hier nenn ich mal Megastau, ey. Komm, komm, fahr doch. Rudolf, 2000, du fährst Richtung Duisburg oder Calais? Jo, duisburg. Hilfst du mir jetzt Weiley, mein LKW hochtreten? Würde ich gern tun, aber ich kann's nicht. Oh, ich hab auch ne Motorführfunktion. Diese Schalten, Gasbremse, Kupplung treten. Brrrr. Oh mein Gott, ich fahr gerade wieder 80 km. Das ist ja ein Traummensch. Richtiger Traum. Richtiger Traum. Und jetzt steh ich wieder. Und bei mir rollt der Verkehr wieder. Endlich. Juhu, 90. Geil. Ja, geil, was für ein Idiot. Oh, was ist dat denn für ein Idiot, ey. Das kann doch nicht sein. Was für ein Idiot war das denn, der mir reingefand ist, ey. Jetzt steh ich wieder dahinter, ey. Das kann doch nicht sein. Und dann, ich will das nicht mehr gehen. Und dann, ich freu mich dann ein bisschen. Das kann doch nicht sein. Und dann, wie kann ich das nicht mehr sehen. Und dann, wenn du das nicht mehr sehen. Ich habe die nicht mehr, wenn ich das nicht mehr sehen. Oh, lol Oh, mein Gott Ja, mich hat ein blöder LKW-Fahrer mir vorne reingeräumt, dass ich durch die Map geglitscht bin. Hab Savecam geladen, ja, geil. Oh, läuft. Jetzt sehe ich auch wieder ganz, äh, sehe ich auch wieder von der allein Probe. War so schön durch. Ja, gut, 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 gut. Oh, ja, hm. Ja, stir, yay. Okay. 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 Äh, ja. geil das ist ja richtig der burner ah ne ist klar gell, was ist das für ein noob endlich läuft es hier weiter geil ja 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 ist ja echt so, wer ist denn eigentlich hinter mir? ach ein Tegern wir sind alle hinter mir ich habe vor mir irgendwo einen Wolfi LP tja dann Ja, das ist gut, dass wir die Achtung schon wieder aufbeziehen können, weil es auch nicht leicht ist. Ach, oje. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab dich schon gesehen, du bist zwei, der kann ich jetzt vor mir. Ach so, okay. Ach geil, mal 110 fahren, ey, wie geil ist das denn? Oh, nein, 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 nein. Ja, nee, ist klar, gell? Oh, das war jetzt noch richtig Glück, ey. Oh, war das ein Glück, ey. Eiskalt auf der Fahrbahn gerutscht, ey. Ich glaub, so wie die meisten hier. Ja, wenn er auf einmal stark bremsen muss, dann kommt man in den Schlittern. Ich hab's schon gesehen, da vorne an der Kreuzung auch schon wieder so viel los ist, ne? Oh ja, ich seh's auch. Ja. 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 Ja, 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 ja. Jupp, das habe ich gesehen, dann wird ein definitiv Report. Och ne, wie ich es hasse auf Bergauf anzuhalten. Ich auch, ich bin der gleichen Meinung. Du bist der weiße Scania hinter mir, gell? Ja. Ach ja, oh der Freck, eh. Alter, schon 40 Minuten läuft, bin ich noch hier im Stau, seit 40 verdammten Minuten. Ja, mein Kollege, mein Kollege stand eben vor dem Kalee nach Duisburg über eine Stunde. Ja, ich bin am Aufnehmen, deswegen, ich habe aber so, oh jetzt rutscht die Karre nach hinten, jetzt fahr doch. Scheiß Karren hier. Ich stehe auch so, wenn du mit dem Stau und ich glaube, das wird drin. Aber ich bin da ja nach vorne. Ja, ich bin da ja nach vorne. Oh ne, ich hasse das, wenn ich ihn le... Oh ne... Oh ne... Mann, ich hasse... Ich will endlich... Aber wenigstens ist das Glück. Ich muss mich jetzt nur rollen lassen. Das ist der Vorteil. Oh, wieso drück ich die ganze Zeit X? Boah, stehen schon ne Stunde im Stau. Boah, geht schon. So wie im echten Leben. Also von daher... Das hat auch Vorteile. Ah, passt schon. Heute schon ne Stunde im Stau, jetzt nicht ohne im Stau. Weiß doch. Warte, was ich denn nnen, dann bleib ich stehen. Ja, gute Idee. Nee, danke lassen. Komm mal einfach. Nee, danke, lass mal. Das geht nicht gut aus, oder? Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. haben aber hallo ich lasse mich jetzt nur rollen ich habe kaum sprüttel Das ist es, ja. Und jetzt kommt der Berghof hoch. Boah, ich bin dann mal recht. Bis dann, ey. Jojo, ciao, ciao. Gute Fahrt. Bumm. Bumm. Nicht schlimm. Ist bestimmt die Wintermotte, ne? Bumm. Ich fahre nicht schnell, ich fahre nicht schnell. 22 km, fahr rein. Hast du gerade Glück gehabt, Bruder? Hinter dir sind wir gerade... Ja, ist mir ein Skoda mit einem Hänger gerade voll entgegengerüttet. Ich bin ausgewichen. Und dann hat mich einer von rechts überholt. Ich hab's nicht gesehen, ja. Ich hab's nicht gesehen. Noch ein Dreivierteltank habe ich noch. Da vorne ist aber direkt anstelle. Nee, ich geh bei der Garage tanken. Jetzt fahr doch, du scheiß Gurk. Aber da vorne strämmeln wir uns. Aber ich bin bereit und bin heute wieder raus. Und ich werset nicht, dass wir uns in einem Saar brauchen. Aber ich habe noch ein paar Aufmerksamkeit für mich. Und jetzt kommt der Schuh löschen. Ich freue mich. Ich freue mich, Später. Ich freue mich die Aufmerksamkeit. Doch, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich immer wieder, dass ich mich... Ich freue mich nicht, ruhig. Ich freue mich. Und ich freue mich. Gleichfalls. Bist in mein Video, ne? Ist okay, oder? Ist willkommen, okay. Perfekt. Kannst du mir eine Freundschaftsanfrage hinterlassen, wenn du willst. Mach ich gerne. Perfekt. Echt? Oh Gott. Ich hoffe, das ist nicht zufällig. Ich will zur Garage. Kannst du in der Meinung zu gucken? Ach ja. Endlich durch den Stau geschafft. Mal Blinker setzen. Gleich Ziel erreicht. quatroises. und fliegelt auf die Staupl survived. timber. from thereof. und fliegelt auf die dortige Stauplug. Was sieht denn aus? Muss das sein? Oder wie sieht was? tiene da robos werden. 2D Look and quietscht. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.